Ich muss sagen, dass das Besondere für mich an Adyen ist, dass wir haben so ungefähr das gleiche Mindset. Also wir sind immer sehr lösungsorientiert, denken groß und wollen wirklich was zusammen erreichen. Und egal ob es darum geht, dass wir neue Expansionsprojekte planen oder einfach das Bestehende verbessern wollen, da ist immer ein offenes Ohr da.